Eines Tages, wirst du verstehen? Mama? Ja? Kannst du mir nicht einfach wie andere normale Eltern das Taschengeld geben? Aber klar doch. Ganz viel du willst, Schatz. Hier. Bitteschön. Wobei... Bist du dir wirklich sicher, dass du das Geld willst? Oder nicht vielleicht doch lieber? Diese Mystery-Box. Nein, ich will das Geld. Sicher? Du weißt nicht, ob da nicht was viel Tolleres drin ist. Wie das Geld, Mama? Du hast dir doch das neue iPhone gewünscht. Na? Okay, dann nehme ich die Box. Aber nur, wenn da wirklich was drin ist. Und ob da was drin ist? Und? Ist das das neue iPhone? Nein! Es ist noch viel besser als das neue iPhone. Es sind deine dreckigen Socken. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sei ein Schatz und wirf dein Hauptgewinn in die Waschmaschine, ja? Dank dir. Ist ganz lieb von dir. Yeah! Gratuliere! Ja! 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 Ja!